Nummer 5. Professionelle Komplettbehandlung, mit der Sie Ihr Haar schnell und einfach glätten können, ohne ein Glätteisen zu benutzen. Dank der mit Keratin angereich ernten Formel wird Ihr Haar glänzend, hell und strahlend sein. Der Glättungseffekt hält 30 Tage lang an und wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie den Haartrockner zum Föhnen Ihrer Haare verwenden. Diese Behandlung hat eine Antifrisswirkung. Das Set enthält eine Glättungsmaske mit Glättungscreme, Shampoo und Conditioner für die Zeit nach dem Glätten, Einweckhandschuhe und eine Anleitung. Es glättet das Haar und verleiht stumpfem Haarglanz und Schimmer. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Haarglättungsset. Glättet das Haar schnell. Die Formel ist angereichert mit Keratin, Bio-Arganöl und glättenden Komponenten. Das Set enthält ein Antifriss-Shampoo, eine Creme ohne Schadstoffe, eine Feuchtigkeitsspendende und näherende Pflegespülung, Einweckhandschuhe und eine Gebrauchsanweisung. Eine komplette, schnelle und einfache Behandlung für glattes, weiches und glänzendes Haar. Die Wirkung hält bei konstanter und korrekter Behandlung 10 Wochen an. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Glättende Haarcreme. Verleiht Glanz und bekämpft Friss sofort. Das Produkt kann die Lebensdauer Ihres Haares verlängern, indem es es gesund hält. Kann für alle Haartypen verwendet werden. Die Keratin-Infusion trägt zum Wiederaufbau des Haares bei und schützt es vor zukünftigen Schäden. Die Creme enthält außerdem natürliches Arganöl für zusätzlichen Glanz und Geschmeidigkeit. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Set mit zwei Haarglättungsprodukten. Für einen wunderbar glatten und Antifriss-Effekt. Das Produkt enthält Keratin und Arganöl. Die Creme ist leicht aufzutragen. Lang anhaltende Wirkung. Eine komplette, schnelle und einfache Behandlung für glattes, weiches und glänzendes Haar. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Eine wirksame Glättende-Keratin-Behandlung. Diese Behandlung ist frei von Parabenen und Formaldehyd. Ausgezeichnetes Produkt. Die Glättende-Behandlung enthält Kerakollagen, das hilft, die Keratinketten im Haar zu reorganisieren, und Babassuöl, ein wertvolles Öl aus dem Amazonas-Gebiet, für verbesserte Weichheitseigenschaften. Das Haar erscheint geschmeidiger und ist leichter zu handhaben. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.